Fühlen Sie sich auch manchmal mit der Rift S wie in einem Stummfilm? Die Bässe kommen nicht rüber, die Töne sind total platt, der Funke will einfach nicht überspringen. Doch da gibt es jetzt was, von der Firma Carbitec. Das Rift S Soundkit. Hallo Freunde der gepflegten Welt und Realität. Leute, es ist endlich soweit. Ich kann das Rift S Soundkit in meinen Händen halten. Ich kann es mir auch an die Ohren packen. Bringt zwar nichts, aber ist angenehm zu tragen. Ne, muss definitiv an die Rift S angebaut werden. Ich habe die am Samstag gehalten auf der METV Hauptquartier Eröffnungsfeier. Da habe ich den Bernd Kaltenbach getroffen. Den Bernd Kaltenbach habe ich beim letzten Mal ja schon vorgestellt. Das ist quasi der Entwickler von diesem Soundkit und Entwickler von Modicap und hat eine Firma, die heißt Carbitec. Aber wer das Video verpasst hat, den empfehle ich das definitiv sich mal anzuschauen. Werde ich unten in die Beschreibung packen und auch in die Infobox. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ja, auf dieser Eröffnungsfeier, da waren so viele Leute, die man sonst nur vom Chat kennt, von YouTube kennt und vom E-Mail-Schreiben her kennt. Also war echt genial, mal alle Leute so kennenzulernen und zu treffen. Und da gab es auch einige Livestreams von. Der Zitronenarzt hat zwei Livestreams gemacht. Und der MRTV-Sebastian auch. Einmal deutschsprachig, einmal englischsprachig. Und ich war bei allen mittendrin statt nur dabei, soweit ich weiß. Und ja, leider konnte ich nicht selber streamen. Ich hätte gerne selber gestreamt mit meinem Handy. Aber da stand dann auf einmal, nein, geht erst ab 1000 Abonnenten. Und ja, ich habe noch keine 1000, ich bin noch unter 600. Das heißt, ich konnte nicht streamen. Aber ja, passte auch so. Der Zitronenarzt hat ja gestreamt. Und ich glaube, da haben wir ganz viel Spaß gehabt beim Streamen. War echt lustig. Der gesamte Abend war cool. Und ja, der Sebastian hat das natürlich nicht umsonst gemacht. Denn er macht sich jetzt selbstständig und möchte auch VR vorantreiben. Und ja, natürlich möchte er auch Geld verdienen. Wer macht das nicht oder wer braucht das nicht? Jeder muss Geld verdienen. Und ja, er hat sich da jetzt selbstständig gemacht und möchte Firmen erstmal auch anbieten, über VR aufzuklären und so weiter. Und ja, aber jeder kann auch zum Hauptquartier kommen. Der kann da alle Brillen testen, der kann Mixed Reality Aufnahmen machen und so weiter und so fort. Also der hat da eine riesen Palette an VR-Headsets liegen. Und ja, die könnt ihr testen für 45 Euro, für 90 Minuten. Und ich finde, das reicht eigentlich, um alle mal zu testen, wie ist von der Brille das Display, wie ist von der Brille der Sound und der Komfort, welche Brille bietet den besten Komfort und so weiter und so fort. Also ja, riesen Palette. Und ich werde es definitiv auch noch in Anspruch nehmen. Denn ich möchte auch mal die Pimax 8KX testen beim Sebastian. Und ja, also Leute, wenn ihr euch unschlüssig seid, welches VR-Headset ihr kaufen möchtet, dann besucht einfach den Sebastian. Ja, Ticket-Seite werde ich unten in die Beschreibung packen. Da könnt ihr halt ein Datum auswählen und einen Termin ausmachen. Das ist mitten in Dortmund auf der Brückstraße, also echt sehr gute Lage. Und ja, unterstützt den Sebastian da und der freut sich mit Sicherheit auf sehr viele Leute, die da zu ihm kommen und Brillen testen. Ja, wie gesagt, und wer kann schon geile Mixed-Reality-Aufnahmen machen? Also, kaum jemand zu Hause. Selbst ich mit meinem Greenscreen hier. Ja, der Platz ist leider zu klein, um richtig geile Mixed-Reality-Aufnahmen zu machen. Also da brauche ich einen größeren Raum. Von daher, ja. Fahrt zum Sebastian, zum MRTV-Hauptquartier. Und ja, besucht ihn, lern ihn auch mal kennen. Der freut sich bestimmt. So, jetzt kommen wir aber zum Rift-S-Sound-Kit. Und ich habe beim letzten Mal ja auch schon einige Fragen über Facebook bekommen, über YouTube und so weiter. Ob das auch für die Quest rauskommt? Und ja, also der Bernd Kaltenbach hat mir versichert, das kommt jetzt definitiv auch für die Quest raus. Denn da gab es auch einige Anfragen. Und klar, die Rift-S und die Quest haben den identischen Lautsprecher, würde ich fast sagen. Und ja, beide haben den gleichen miserablen Sound. Von daher, ja, war das eigentlich klar, dass da was kommen muss. Und ja, die kommen jetzt auch in ein bis zwei Wochen, glaube ich, geht das da los mit der Produktion. Soweit ich weiß, also nagelt mich da jetzt nicht fest. Aber die kommen definitiv. Und die Halterung wird definitiv auch eine andere sein. Das ist nicht die gleiche wie bei der Rift-S. Das sind die Sennheiser Kopfhörer HD25-1. Und ja, Leute, guckt euch selber mal an. Und die, ich glaube, die kriegt man zwischen 129 und 140 Euro irgendwie sowas im Dreh im Internet. Und ja, ihr bekommt sie auch beim Bernd Kaltenbach für 129. Da kommt dann halt noch Versand drauf. Aber gut, kann man verschmerzen. Und ja, das ist erstmal dazu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Montage. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze montiert wird. So, Leute, hier sind wir schon bei Montage. Und ich habe hier schon mal einen Einhalter abmontiert. Und dazu braucht man einfach nur einen Inbus-Schlüssel. Ich habe jetzt mich hier für diesen Bit-Halter entschieden. Denn ja, so habe ich ein bisschen mehr Platz in der Brille. Und mit einem normalen, längeren Inbus-Schlüssel wäre das jetzt nicht so gut gegangen. Und ja, montieren wir das direkt auch mal hier ab. Und man braucht es eigentlich nur handfest zu ziehen. Man braucht da keine riesen Kraft aufwenden. Das wäre jetzt Quatsch. So, die fallen auch schon mal hier gerne jetzt raus. Und zeige ich euch die mal kurz so vom Nahen. Und das Gute bei den Dingern ist, man kann die hier in der Höhe auch verstellen. Man braucht nachher quasi nur, ja, in diese Richtung positionieren, festschrauben. Und die Höhe der Ohren kann man dann beliebig anpassen. Das ist echt gut gemacht. Und das ist auch relativ stabil. Also wenn die einmal anliegen, dann ist es fest. Und da verrutscht auch nichts großartig. Also die liegen auch echt gut am Ohr an. Und das Gleiche haben wir hier natürlich auch. Und die Rift-S hat ja hier, ich habe die Kabel schon mal entfernt, dass mich das nicht so ein bisschen stört bei der Montage. Hier haben wir ja diesen Kabelabfang. Hier geht ja diese Leitung lang. Und ja, den müssen wir entfernen, denn der Kopfhörer hat auch schon diesen Kabelabfang hier. Und den tauschen wir quasi aus. Also wir nehmen den jetzt hier mal ab. So. Na, wer will nicht? Jetzt haben wir es. So, stecken wir ihn mal weg. Dann legen wir den jetzt hier einfach mal an. Und von der Position her, da muss man natürlich nachher mal probieren, was da am besten ist. So. Ich schraube das schon mal fest. Dann kann da schon mal nichts passieren. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut sehen. Ist nicht immer ganz so einfach. Aber ich schraube jetzt einfach nur die Halterung fest. So, hier hat er schon mal gepackt. Ich ziehe die jetzt auch nur an. Dann kann ich den hier auch noch bewegen. Der eine hat jetzt nicht so gut gepackt. Mach ich dann noch mal Vorführeffekt. So. Na, hier können wir den jetzt noch bewegen. Ja, Kabelweg habe ich mich für diesen hier entschieden. Also man steckt ihn einfach erstmal hier ein. Und dann legt man den einmal hier rüber. Hier außen lang. Und dann passt das eigentlich ganz gut. Also ich finde, ist ein ganz guter Kabelweg. Man stört ja hier innen auch nicht, dass der mal hier in die Richtung rutscht oder so. Man könnte natürlich auch irgendwie mit dem Kabelbinder dann fixieren, wenn man den innen legt. Aber ich entscheide mich jetzt erstmal für diese Version. Muss man mal abwarten, wie sich das Ganze bewährt. Ich versuche euch das jetzt hier mal zu zeigen. Aber ist echt nicht einfach. Tut mir leid. Weil ich muss einmal den Kopfhörer halten, einmal hier die Brille. Und dann auch noch festschrauben. Zum Glück muss ich das Mikro nicht halten. Also wenn ich aber jetzt angesetzt habe, dann kann ich euch das vielleicht besser zeigen. Den setze ich jetzt auch nur an. Und dann können wir uns die Position noch ein bisschen aussuchen. Können dann festschrauben. Aber das war es eigentlich auch schon. Also man hat hier auf jeder Seite zwei Schrauben. Und ja, macht die irgendwie, macht die halt fest. Und dann kann man sich die Position noch aussuchen, wo man den Kopfhörer jetzt haben will. Und die Höhe kann man ja sowieso hier leicht verschieben. Das ist ganz gut. Und ja, wie ihr seht, Kabel ist jetzt auch nicht irgendwie wirklich stramm oder so. Also es liegt ganz locker an. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich ziehe ihn jetzt mal fest. Auf der Position, wo ich denke, dass es okay ist. Und wie ihr seht, ich mache das jetzt nur mit der Hand. Und ich zeige euch gleich, dass er auch dann nicht mehr verrutscht. Also ich kann jetzt wirklich hier versuchen, hin und her zu verschieben. Da verschiebt sich nichts mehr. Also Leute, macht das mit der Hand und nicht mit irgendeiner Ratsche oder so. Nicht zu viel Kraft aufwenden. Das setze ich den auch ungefähr so vom Abstand her wie den. Und drehe dann auch fest. Ja Leute, das war der Umbau. Und ja, schauen wir uns das Ganze noch mal kurz an. Ja, Entschuldigung, wenn ich nicht alles in dem Video hier einfangen konnte. Aber ich denke mal, das ist jetzt kein großes Hexenwerk, hier dieses Soundkit zu montieren. Wir haben einfach vier Schrauben, die werden hier drauf festgezogen und schon ist man fertig. Man muss halt den Leitungsweg sich aussuchen. Ich finde diese Lösung jetzt am besten. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden, wo er das lang legt. Aber hier außen kann das auch nicht immer ins Innere kommen und irgendwie an den Kopf kommen. Dann wird mir natürlich blöd, wenn das irgendwie an die Stirn dann kommt. Und ja, man erschreckt sich dann dabei. Ich finde das eine Top-Lösung für die Rift S. Und ja, für die Quest kommt es ja auch. Von daher können die Quest-User sich da auch freuen. Ich habe leider noch keine Quest. Sonst hätte ich da mit Sicherheit auch noch mal einen Test gemacht. Aber ja, der Sound ist bei der Quest genauso. Und meiner Meinung nach muss man definitiv andere Kopfhörer haben als die Lautsprecher. Also wer mit den Lautsprechern zufrieden ist, der ist es halt, ist okay. Aber wer nicht damit zufrieden ist, der sollte halt dann irgendwas machen. Und das ist das hier eine perfekte Lösung meiner Meinung nach. Okay Leute, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit und bis gleich. Ja Leute, hier ist der fertige Umbau, der Rift S. Und ich finde, die sieht jetzt richtig gut aus. Also irgendwie sieht das jetzt kompletter aus als vorher. Also so muss ein VR-Headset sein. Mit Kopfhörern, nicht mit irgendwelchen komischen Lautsprechern im Band hier eingebaut. Also ist alles nichts. Ja Leute, kommen wir zum Klangerlebnis. Also ich bin echt begeistert. Das direkt mal vorab. Ich habe verschiedene Sachen getestet. Also einmal habe ich Synth Riders gespielt, wie ihr im Intro gesehen habt. Da habe ich auch verschiedene Tracks gehört und gespielt. Und ja, ich hatte zu keiner Zeit irgendein Problem, dass irgendwas übersteuert, unsauber abgespielt wurde und so weiter. Also es war alles glasklar, also perfekt. Ich habe verschiedene Musikrichtungen auch so gehört, ohne irgendwas zu spielen. Ich habe Rock gehört, ich habe Hip-Hop gehört, Rap gehört. Und ja, war alles top. Also egal, ob es jetzt basslastig war oder nicht. Alles wurde perfekt abgespielt. Und ja, ich habe auch alles auf 100% gestellt, um mal zu testen, übersteuert er irgendwas. Und nein, es übersteuert nichts. Das hat man ja bei Billigkopfhörern schon mal, dass wenn man die voll aufdreht, dass die anfangen zu knarzen. Und dann muss man leiser drehen, damit die wieder einermaßen ordentlich spielen. Ist hier nicht der Fall. Klar ist die Lautstärke, sind wir da abhängig von der Rift S. Wenn ich die jetzt hier in der vernünftigen Anlage einstecke, habe ich natürlich auch mehr Power. Das sollte auch jedem klar sein. Aber die Power reicht komplett aus, um richtig geil zu hören. 100% ist teilweise schon zu viel. Aber das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Da muss jeder selbst entscheiden, wie laut er das gerne hört. Aber ich finde es komplett ausreichend. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe auch Battlefield mir angehört. Natürlich ist Battlefield nicht VR, aber trotzdem hat es eine richtig geile Klangkulisse. Da kommen Schüsse an einem vorbei, Leute schreien, Flugzeuge fliegen, Explosionen und so weiter. Und das wurde auch alles so kristallklar wiedergegeben. Also perfektes Sounderlebnis meiner Meinung nach. Also ich finde, hier gibt es nichts dran auszusetzen. Ich habe keinen Negativpunkt gefunden in meinen Tests, die ich alle gemacht habe. Und ja, so sollte es eigentlich sein. Ja, ich bin kein HiFi-Experte, von daher, das ist nur meine persönliche Meinung. Aber ich bin begeistert von den Teilen. Ich habe hier noch zu Hause einen Biodynamik DC 880. Und ja, der bietet natürlich auch ein richtig geiles Klangerlebnis. Aber trotzdem konnte ich den noch nie mit der Rift betreiben, weil es einfach nicht gepasst hat. Und ja, von daher fiel der halt auch raus. Aber der bietet halt auch von der, ja, von der Klangqualität her so ungefähr so ein geiles Erlebnis. Und ja, aber das ist das perfektere Set als alles andere, was ihr sonst noch so kaufen könnt. In-Ears und so weiter und so fort. Andere Kopfhörer drüber. Ich finde, das passt alles nicht. Ich habe aber letztens gelesen, da schrieb jemand, ich weiß nicht, wo es war, YouTube oder Facebook. Er hat sich Mantis bestellt und da war er mega enttäuscht von. Ne, im VR-Forum war es genau. Und ja, also hiermit ist man definitiv nicht enttäuscht. Aber ist halt natürlich auch teurer. Also muss man natürlich, ja, 129 Euro in die Hand nehmen. Muss man sich gut überlegen. Auch wenn viele vielleicht sagen, ja, die Rift S, die stirbt ja aus. Meiner Meinung nach stirbt die nicht aus. Der Oculus Link wird die Rift S nicht komplett töten. Und von daher lohnt es sich trotzdem, während der Rift S hat, auf diese Kopfhörer zu setzen. Und ja, aber die Kopfhörer kommen ja auch für die Quest raus. Von daher könnt ihr die natürlich dann auch für die Quest kaufen. Beide kaufen oder nur für die Quest. Das müsst ihr dann natürlich entscheiden. Aber ich finde das eine richtig gute Investition. Und ja, wer überlegt, die Rift S eh noch länger zu behalten oder die Quest, dann überlegt es euch definitiv, diese Kopfhörer zu kaufen. Bald ist ja auch Weihnachten. Da kann man eventuell, ja, Weihnachtsgeld oder, ja, oder ein Geschenk draus machen. Ja, kommen wir zum Komfort. Und ja, da habe ich auch auf der MRTV-Hauptquartiereröffnungsfeier einige Sachen gehört. Da haben wir uns auch drüber unterhalten. Und es gab Leute, die sagten, ja, ich mag es nicht, wenn die Kopfhörer aufliegen. Das wird mir irgendwann zu warm und, ja, stört mich dann irgendwie. Ich möchte, dass die so ein bisschen weiter abstehen, ja, wie bei der Valve Index. Und ja, dann gab es auch noch Äußerungen, dass man nicht abgeschirmt sein möchte von der Umwelt, von der Außenumwelt, sage ich mal, dass man da weiterhin noch Sachen hört. Mir geht es persönlich so, ich möchte komplett abgeschirmt sein, wenn ich die VR-Brille anziehe. Ich möchte nichts mehr hören. Und wenn ich die jetzt anziehe ohne Sound, dass Sound abgespielt wird, dann höre ich wirklich von der Umwelt nur noch echt wenig, sehr dumpf alles. Und wenn dann Sound abgespielt wird, ist alles, alles von außen ist dann wirklich abgeschirmt und man hört von außen nichts mehr. Ist meiner Meinung nach ein Pluspunkt, für manche vielleicht ein Minuspunkt. Also das ist individuell, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was man da haben will. Ich finde es ein Pluspunkt, dass man abgeschirmt ist. Und die liegen echt super bequem auf den Ohren auf. Klar, im Sommer wird das natürlich mit Sicherheit warm und man schwitzt hier, aber man schwitzt im Sommer eh überall. Und VR ist im Sommer eh für den Arsch. Von daher, ja, muss man da sich nichts vormachen, sage ich mal. Und, ja, aber ist alles Geschmackssache. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann die leider nicht wegklappen nach außen. Also die sind wirklich fest. Man kann die nur in der Höhe verstellen. Das geht. Aber ansonsten kann man die in keine Richtung verstellen. Man kann nur diesen Weg hier mit den Schrauben machen. Mehr geht da leider nicht. Klar, Klappscharnier wäre natürlich top gewesen, aber ist dann natürlich umso aufwendiger. Und da muss man dann halt auch ein bisschen mehr Geld hinblechen. Und ich finde die Lösung hier top. Aber, ja, das ist Geschmackssache. Wenn ihr wirklich nicht wollt, dass ihr abgeschirmt werdet und dass es auf den Ohren anliegt, weil es zu warm ist und so weiter, dann ist das definitiv nichts für euch. Wenn ihr aber abgeschirmt werden wollt von der Außenwelt und abtauchen wollt, dann ist das perfekt für euch. Also, dann solltet ihr die Dinger definitiv kaufen. Ja, Leute, ihr hört, ich bin echt mega begeistert von den Dingern. Und, ja, von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Ich bin, äh, echt überrascht, wie toll die Teile hier sind. Und ich habe jetzt leider keine Quest. Ich kann es nicht mit einer Quest ausprobieren. Äh, würde ich natürlich auch gerne. Aber ich kann mir leider nicht jedes VR-Headset leisten. Von daher, äh, ja, muss ich da, äh, entscheiden immer, was ich mir hole und was ich nicht hole. Und, ja, meine Entscheidung ist damals gefallen für die Rift S und die Valve Index. Und, äh, die Quest habe ich mir für später mal aufgehoben. Ja, Leute. Aber vielleicht kommt da irgendwann noch ein Test mit der Quest. Wer weiß. Ja, Leute. Ich würde sagen, wer das hier interessant fand und ihr sagt, ja, wenn der Tupac jetzt begeistert ist, ich glaube dem, ich vertraue dem, äh, ich kaufe die Teile auch. Ja. Unten in der Beschreibung ist der Link zum KW-Tech-Shop. Und, ja, dann bestellt das Teil. Und, äh, ja, der Bernd Kaltenbach freut sich mit Sicherheit auf einige Bestellungen von euch. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, eigentlich sollte die Idee von Oculus kommen und nicht von, äh, anderen Personen. Aber, äh, ja, Oculus hat es verpennt. Ja, KW-Tech hat es gemacht. Und meiner Meinung nach definitiv Kaufe Empfehlung, Leute. Also, ab zum Shop und bestellt das Teil. Ich sag mal, dankeschön fürs Zuschauen. Und, ja, ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Und, äh, ja, Abo sowieso nicht vergessen. Denn, äh, ich möchte mal auf die 1000 kommen, damit ich auch mal mit meinem Handy streamen kann. Wäre echt nice, wenn ich das mal schaffen würde. Und, ja, dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.